Willkommen in meiner Schlagzeugklinik. Hier ist wieder euer Helge. Ja, heute Thema Kopfarbeit. Sicherheitshalber Brille ab. Wir spielen jetzt mal Rock. Das kann man natürlich nicht lange durchhalten. Das kann man nur in Bands spielen, die ganz kurze Stücke haben. Das war es wieder für heute. Bis dann. Tschüss, euer Helge. Kommt zur nächsten Drangklinik. Zu Fuß oder auch mit dem Diesel. Nee, besser nicht, ne?